Handball zum Zungeschnalzen. Darauf können sich die Fans freuen bei der Neuauflage des All-Star-Games am 2. Februar 2013 in Leipzig. Dann treffen die besten Spieler der DKB-Handball-Bundesliga auf die deutsche Nationalmannschaft. Fantastisch ist das. Einfach nur aufregen. Das ist mal ganz toll. Höhepunkt ist nicht nur das Duell zwischen der DHB-Auswahl und der Elite der stärksten Liga der Welt. Ein Spektakel verspricht auch der Trickwurf-Contest und der Maskottchen-Gipfel zu werden. Außerdem gibt's die Gelegenheit auf ein Autogramm der Stars. Das Spiel des SC DHFK Leipzig gegen die B-Auswahl der Nationalmannschaft rundet das Programm ab. Handball der Extraklasse beim All-Star-Game 2013 in der Arena Leipzig. Tickets gibt's auf www.dkb-handball-bundesliga.de und an allen CTS-Eventen Vorverkaufsstellen. Das Spiel des SC DHFK Leipzig. Das Spiel des SC DHFK Leipzig. Das Spiel des SC DHFK Leipzig.